Hallo und herzlich Willkommen zu Beste Vater Freunden. Was ist ein Vorteil, wenn man Eltern ist? Man kann einen Menschen nach seinen eigenen Vorstellungen formen. Und plötzlich rennt Lauryn Hill von rechts auf die Bühne. Sie rennt einmal über die Bühne, dreht sich dabei einmal. Ja, ihr könnt ein bisschen zöpfern. Hey, Applaus für die kleinen Penisse! Hatte irgendjemand hier schon mal Nippel-Orgasmus? Ja, so sieht es nämlich aus. Also ich finde Brüste nicht so wichtig beim Vorspiel oder auch beim Sex. Apropos Frauen, was hast du als letztes gekocht? Bollo. Meine Bollo ist die beste Bollo, die es gibt. Anderen trauen sich nicht, das zu sagen. Und wenn man das dann öffentlich sagt, dann ist man ausgetrickst worden, dass man das, was alle hier wirklich denken, zum ersten Mal rauslässt. Mein Lieblingsverein ist tatsächlich Hertha. Ich bin ja einer der ganz wenigen gebürtigen Berliner. Wie viel sind 13 Zoll? Du droppst das jetzt einfach so, als wüsste der Mann dann so, ah ja, der ist klein. Wenn jemand zu mir sagen würde, ja, ich hab mal Fernseher, der ist 13 Zoll, würde ich sagen, wow, das ist ja ein IMAX-Kino. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Derweil wollen wir mit euch über wahre Schönheit reden. Was wahre Schönheit ist? Nachdem wir uns jetzt entledigt haben und uns so hässlich entpuppt haben. Wie so eine Raupe und es kommt eine Kackwurst raus.